BR 2018 Wir sitzen hier gerade in einer ehemaligen Sauerkrautfabrik. In diesen Tanks wurde früher massenweise Sauerkraut hergestellt. Jetzt kann man da tauchen lernen. Deshalb bin ich auch mit Flo hier, weil der bringt mir das Tauchen bei, damit ich in ein paar Monaten für den Kinofilm vor Tasmanien tauchen kann. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, für welchen Kinofilm? Für meinen ersten Checker-Tobi-Kinofilm. In dem schickt mich ein geheimnisvolles Rätsel rund um die Welt. Bis nach Tasmanien. Das ist die größte Insel von Australien. Dort soll ich an einem der spannendsten Tauchplätze der Welt auf Entdeckungsreise gehen. Mitten im Pazifik, im größten und tiefsten Ozean unserer Erde. Guckt mal, wie toll das da aussieht. Und was für abgefahrene Tiere da rumschwimmen. Ich darf aber nur im Pazifik tauchen, wenn ich einen Tauchstein in der Tasche hab. Denn ein Tauchgang im offenen Meer ist echt nicht ohne. Deshalb muss ich jetzt erst mal trainieren. Und dann noch eine Prüfung bestehen. Und alles checken, was ich als Taucher wissen muss. Zum Beispiel, welche Ausrüstung brauche ich. Verrückt. Wie kann ich mich unter Wasser verständigen? Oder was passiert beim Tauchen mit meinem Körper? Also, drückt mir die Daumen, denn ich will damit nach Tasmanien. Hier kommt der Tauch-Check. Und jetzt die Checker-Fragen. Was braucht man zum Tauchen? Was ist die Taucherkrankheit? Und was ist Abnoe-Tauchen? Das check ich für euch. Los geht's in einer Tauchschule bei München. Hier treffe ich jetzt Flo. Den kennt ihr ja schon. Aber wo steckt er denn? Als Tauchlehrer und Unterwasser-Archäologe war Flo schon in allen Weltmeeren unterwegs. Hallo, da ist er ja. Ey, ich will auch da rein. Dazu muss ich aber vorher meine erste Checker-Frage klären. Du gehst hoch und dann reden wir. Okay. So, ja, alles klar. Bis gleich. Was braucht man zum Tauchen? Hallo, Flo. Hi, Tobi. Grüß dich. Guten Tag, alles gut? Ja, kann nicht klagen. Schön. Und heute geht's los. Ich will heute tauchen lernen. Okay, super. Ich freu mich. Ich hab euch noch mal was vorbereitet. Einmal deinen Tauchanzug. Okay. Und einmal deine Flossen. Den Rest gebe ich dir später. Das kannst du erst mal da hinten umziehen. Da sind die Unkleiden. Perfekt. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Mach ich. Bis gleich. Oh, bis gleich. So, also, Anzug hab ich angezogen. Kann man tauchen gehen, oder? Ich zeig dir erst mal die Funktion der Geräte. Und wenn du das dann erst mal so verinnerlicht hast, dann springen wir ins Wasser. Und dann gehen wir das Ganze praktisch an. Okay, alles klar. Dann, was haben wir denn hier? Das ist jetzt sozusagen das Kernstück des Tauchers. Das ist eine Flasche. 2.400 Liter Luft sind jetzt komprimiert in dieser Flasche drin. Zusammen gepresst. Genau. Luft, wie wir sie hier zum Atmen auch haben. Ganz, genau. Ganz normale Luft. Und darum heißt es auch Pressluft, weil wir die Luft jetzt in diese Flasche reinpressen. Also, zum Tauchen brauchen wir, genau wie an Land, Luft zum Atmen. Die Luft ist dafür in so einer Flasche zusammengepresst. Der Vorteil, so passt viel mehr Luft rein. Denn guckt mal, ist die Luft nicht zusammengepresst, passen in so eine Flasche nur 12 Liter Luft. Das reicht gerade mal für ein paar Atemzüge. Ist die Luft zusammengepresst, haben 2.400 Liter Platz. Damit kann ein Taucher in 10 Metern Tiefe ungefähr eine halbe Stunde lang atmen. Das nächste, was ich dir zeigen möchte, ist der Atemringer. Da kommt also dann letztendlich deine Luft raus. Ja. Einfach so in den Mund nehmen. Genau. Da drauf reißen und die Lippen oben drüber. Genau. Merkst du selber, wie es sich gut anfühlt. Genau. Und jetzt kannst du auch schon mal die Luft ziehen. Siehst du? Verrückt. Jetzt kommt also ganz genauso viel Luft raus, wie du auch brauchst. Du brauchst also keine Angst haben, dass da ganz wenig rauskommt, sondern es ist immer genügend da. Was du noch brauchst, ist ein sogenannter Bleigürtel. Ein Bleigürtel. Ganz genau. Das, was du anhast und auch dieses aufgeschäumte Neopren, das reibt dich ja erst mal nach oben. Das heißt, damit wirst du nicht untergehen. Aha. Selbst mit der Flasche auf wirst du wahrscheinlich nicht untergehen. Nein. Du musst aber erst mal runterkommen. Das heißt, der Bleigürtel hilft uns erst mal runterzukommen. Ja. Klar, denn das Blei ist echt schwer. Einen Taucher kann man gut mit einer Plastikflasche vergleichen, die mit Luft gefüllt ist. Die Flasche bildet einen Hohlraum. Hier, das ist der Hohlraum. Bei einem Taucher entsteht der Hohlraum, weil zum Beispiel in seiner Lunge Luft ist. Wenn wir die Flasche oder den Taucher unter Wasser drücken, schiebt ihr Hohlraum alle Wasserteilchen zur Seite, die da vorher waren. Die mögen das gar nicht und drücken zurück. Dieses Zurückdrücken nennen die Wissenschaftler Auftriebskraft. Sie sorgt dafür, dass die Flasche oder der Taucher wieder nach oben treiben. Damit das nicht passiert, tragen Taucher einen Bleigürtel. Das Gewicht von dem Blei gleicht die Auftriebskraft aus. Superwichtig ist auch die Tarierweste. Pumpt der Taucher sie auf, steigt er nach oben. Lässt er die Luft wieder raus, sinkt er nach unten. Steuern kann er das über den sogenannten Inflator, so eine Art Luftregler. Und das kommt aber auch aus der Flasche? Genau, das kommt auch über diesen Feltenschlauch rein. Und wenn du die Luft rauslassen willst, dann drückst du den Oberrhein. Dann kommt es da wieder raus. Dann lässt es hier wieder raus. Je mehr Luft hinten drin ist, desto mehr zieht mich diese Luft eben nach oben. Genau, Luft will immer nach oben. Genau, und je mehr ich wieder rauslasse, desto mehr sacke ich nach unten. Ganz genau, so ist es. Und das ist am Anfang ein bisschen schwierig. Und was ganz entscheidend dazukommt, ist, du atmest nur einmal fest ein. Packst du 5, 6, 7 Liter in deine Lunge und du steigst automatisch auf. Das heißt, du kannst das Feintuning allein schon über deine Lungenatmung machen. Tief einatmen und du steigst schon. Jetzt wenn du tief einatmest und da noch den Inflator drin, dann gehst du hier nach oben so. Und dieses Feinspiel zwischen eigener Lungenatmung und hier genügend rein und rauslassen, das ist die hohe Kunst des Tauchens eigentlich. Das ist aber Übungs- und Erfahrungssache. Genau. Okay, und was ich auch noch brauche, eine Tauchermaske. Und was ist mit dem alten Trick, dass man in die Taucherbrille rein spuckt, damit sie nicht beschlägt? Genau, der stimmt und der wirkt tatsächlich. Das heißt, man spuckt so ein bisschen rein, verreibt das Ganze und die Spucke sorgt eben dafür, dass die Brille nicht anläuft. Vorher natürlich noch mal ein bisschen ausspülen und dann haben wir klare Sicht. Okay. Also, ein Taucher braucht eine Tauchflasche mit Atemregler, einen Tauchanzug, der vor Kälte schützt, Flossen, damit er vorwärts kommt und einen Bleigürtel. Superwichtig ist die Tarierweste. Mit der kann der Taucher sinken, steigen oder in einer gewünschten Tiefe schweben. Zum Tauchen braucht man einen Anzug, Flossen, eine Tauchflasche mit Atemregler und eine Tarierweste. Gecheckt. Okay, die Ausrüstung kenne ich jetzt. Nächster Schritt zum Tauchschein. Ich muss ins Becken. Oh, oh. Ja, krass. Und hier springen wir jetzt rein und tauchen. Hier springen wir rein, aber nicht so schnell. Wir machen vorher natürlich noch mal einen Check. Das macht man also immer beim Tauchen. Wir springen nicht einfach kopflos rein und legen los, sondern wir ziehen unsere Ausrüstung an und an der Oberfläche wird die Ausrüstung noch mal gecheckt. Wir schauen also noch mal, haben wir die Luft dabei, funktionieren unsere Atemregler, fühlen wir uns soweit wohl. Wir sprechen noch mal, was wir gleich machen wollen und erst wenn das alles stimmt, dann versuchst du schon mal so ein bisschen abzutauchen, zu schauen, ob du dich wohlfühlst in Höhe und dann tauchen wir runter. Na dann, mach ich mich mal bereit. Boah, ist das schwer. Ganz wichtig beim Tauchen, Sicherheit. Deshalb kontrollieren wir gegenseitig noch mal unsere Ausrüstung. Das macht man vor jedem Tauchgang. Und es gibt noch eine wichtige Regel. Tauche nie allein. So kann dir im Notfall immer jemand unter Wasser Hilfe leisten. Dann Atemregler im Mund. Aha. Bisschen Luft rauslassen und dann kannst du einfach schon mal ganz leicht abtauchen und einfach schon mal ein paar Atemzüge unter Wasser machen, damit du siehst, wie das funktioniert. Hallo. Das war ja saun auf sich. Also das ist ja abgefahren. Du siehst, es funktioniert. Man kann jetzt noch mal unter Wasser atmen. Ich habe gemerkt, irgendwann wollte ich eigentlich schlucken. Da habe ich mich gefragt, kann ich überhaupt schlucken oder höre ich dann auf zu atmen? Du kannst unter Wasser rüpsen. Gähnen geht, wenn man den Mund zuhält. Okay. Also ich muss einfach nur mich darauf konzentrieren, dass ich halt durch den Mund atme und nicht durch die Nase. Jetzt tauchen wir zusammen ab. Weil man unter Wasser nicht sprechen kann, gibt es eine eigene Zeichensprache. Ein Zeichen kenne ich schon. Das hier heißt, alles okay. Was wir jetzt noch brauchen, sind mehr Tauchzeichen. Das hier ist, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Da kannst du deuten und sagen, ah, hier meine Ohren oder hier meine Maske. Du kannst immer dieses Zeichen machen und dann auf die Stelle deuten, wo irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Heißt also, ich habe ein Problem. Guck mal, bitte helfen. Genau, ein Problem. Oder ich fühle mich unwohl oder so. Dann weiß ich, okay, da muss man einfach mal gucken. Okay. Hochtauchen. Wir tauchen auf. Ach, das heißt, hat nämlich nichts mit okay zu tun? Ganz genau. Das ist nicht alles okay. Das ist das Zeichen, ich habe keinen Bock mehr oder wir tauchen auf. Okay. Das ist das Zeichen, wir tauchen ab. Was würde ich machen, wenn ich zum Beispiel unter Wasser merke, ich muss ziemlich dringend aufs Klo, ich müsste immer raus. Wie signalisiere ich, ey, ich muss Bibi? Ich glaube, es gibt kein spezielles Zeichen für ich muss Bibi, aber du könntest zum Beispiel auf die Stelle deuten. Und dann so für auftauchen? Ganz genau. Und dann würdest du so machen, weil du sagst, okay, alles klar, einverstanden. Ganz genau, ja. So, mein erster Tauchgang kann endlich losgehen. Flo kommt mit, denn ihr kennt ja die Regel. Tauche nie allein. Wie aufregend. Guck mal, damit ich schneller nach unten komme, lasse ich Luft aus meiner Tarierweste. Na ja, klappt so mittelgut. Flo hat ja vorhin gesagt, kleine Bewegungen kann ich schon mit meiner Atmung steuern. Das geht wirklich. Yeah, voll gut. Oh, nee, hups, so geht's. Sorry. Als nächstes soll ich möglichst lange das Gleichgewicht halten, also im Wasser schweben. Gar nicht so leicht, wie es aussieht. Ich üb noch ein bisschen. Und in der Zwischenzeit gibt's für euch die Mitmachfrage. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Hallo. Krass. Aber Flo, eine Sache da unten ist mir gerade aufgefallen. Nämlich, je tiefer wir kamen, desto mehr habe ich einen echten Druck auf meinen Ohren spürt. Das Trommelfell ist ein ganz empfindliches Teil deines Ohres. Das ist ein ganz dünnes Häutchen. Und wenn das Wasser auf dich drückt, dann wird das Trommelfell nach innen, in deinen Kopf reingedrückt. Und das merkst du eben. Und darum musst du den Druckausgleich machen. Den machst du so, indem du einfach durch deine Nase atmen willst, sie aber zuhältst. Und dann geht die Luft eben durch deine Nasennebenhüllen auch an dein Trommelfell hin und stürmt es wieder so leicht nach außen. Das heißt, so stellst du den Druckausgleich her. Das ist eben kein Druck mehr auf diesem Trommelfell und es tut nicht mehr weh. Macht mal mit. Warte zuhalten. Und bei drei. Eins, zwei, drei. Hat's geklappt? Nicht schlecht, ne? Was Druck unter Wasser mit unserem Körper noch macht, zeigt mir Flo jetzt mit einer Plastikflasche. Guckt mal, was unter Wasser mit der passiert. Je tiefer Flo taucht, desto stärker wird die Flasche zusammengedrückt. Das Gleiche passiert unter Wasser mit unseren Organen, zum Beispiel mit der Lunge. Für einen Taucher kann das richtig gefährlich werden. Warum das so ist, zeig ich euch jetzt und klär dabei meine zweite Checkerfrage. Unter Wasser herrscht Druck. Das habt ihr ja gerade schon bei der Plastikflasche gesehen. Je tiefer die unter Wasser kam, desto größer wurde der Druck und die Flasche wurde zusammengepresst. Dass Unterwasserdruck herrscht, hängt mit dem Gewicht des Wassers zusammen. Wasser wiegt nämlich echt eine Menge. In dem Eimer hier sind 10 Liter Wasser und die wiegen 10 Kilogramm. Und weil beim Tauchen überall um den Taucher herum Wasser ist, hat das Wasser echt ein großes Gewicht und es herrscht ein enormer Druck. Oh, hallo. Außerdem sammelt sich Stickstoff im Körper. Stickstoff ist ein Gas, das in unserer ganz normalen Atemluft ist. Normalerweise atmen wir das einfach wieder mit aus. Aber durch den hohen Druck unter Wasser wird der Stickstoff aus der Atemluft über die Lunge ins Blut gepresst. Wenn beim Auftauchen der Druck wieder abnimmt, wandert der Stickstoff wieder zurück in die Lunge, da wo er hingehört. Taucht ein Taucher langsam auf, klappt das problemlos. Taucht er zu schnell auf, hat der Stickstoff nicht genug Zeit für seinen Weg zurück in die Lunge. Dann bilden sich Stickstoffbläschen im Blut und genau die sind super gefährlich. Sie machen Muskeln, Knochen und Organe kaputt. Wenn das passiert, hat der Taucher die Taucherkrankheit. Dann kribbelt die Haut, sie verfärbt sich, man hat Schmerzen, es wird einem schlecht und im schlimmsten Fall kann man sogar daran sterben. Bei der Taucherkrankheit bilden sich Stickstoffbläschen im Blut. Im schlimmsten Fall kann ein Taucher daran sogar sterben. Gecheckt. Das Tauchen im Übungsbecken hat gut geklappt. Aber damit ich die Tauchprüfung bestehe, muss ich noch echt viel lernen. Zum Beispiel Tauchen in offenen Gewässern. Und das bringt mir Flo jetzt bei. Am Walchensee in den bayerischen Voralpen. Das ist ja wunderschön hier. Super, ne? Einer der schönsten Seen. Und da gehen wir jetzt rein. Das heißt, hier ist es noch so ein bisschen flach. Dann kommt so eine Abbruchkante. Da gilt es, zu tauchen und Sachen da unten zu entdecken. Da liegt einiges drin verborgen. Was ist denn jetzt anders, wenn wir in so einem See tauchen, als bisher in der Schwimmhalle? Also es ist so, dass der See deutlich kälter ist. Er hat also nur 13 Grad. Das heißt, du hast eine andere Ausrüstung an, du hast einen dickeren Tauchanzug, du hast Handschuhe an. Mit den Handschuhen ist es ein bisschen schwieriger, deine Tauchsachen unter Wasser zu bedienen. Und dann ist es so, dass der See da unten natürlich also Sediment hat. Das heißt, da unten liegen alte Blätter, da liegt ja alles Mögliche, was man aufwirbeln kann. Und da müssen wir aufpassen, dass wir mit den Flossen nicht zu sehr reinschlagen. Ansonsten stehen wir auf einmal in einer riesigen Staubwolke und wir wissen gar nicht mehr, wo oben oder unten ist. Und im Schwimmbad waren wir auf 4 mal 4,5 Meter. Wie tief geht es denn hier runter? Also hier geht es tatsächlich 190 Meter runter. Das ist eine der tiefsten Szenen, die wir hier in Deutschland haben. So tief werden wir nicht gehen. Wir gehen so 10, 12 Meter, würde ich sagen. Als Ausrüstung gibt es jetzt einen Spezialanzug mit extra Kälteschutz. Und auch mit dabei ein Tauchcomputer. Er zeigt an, wie tief und wie lange ich schon tauche und wann ich beim Auftauchen Pausen einlegen muss. Ihr wisst schon, damit der Stickstoff in meinem Körper keinen Ärger macht. Und jeder von uns hat zwei Tauchflaschen dabei. Zur Sicherheit, falls eine kaputt geht. Zum Schluss kontrollieren wir noch mal alles. Genau wie vorhin. So, das heißt, ich bin fertig, du bist fertig. Genau, wir haben volle Flaschen, wir haben Bleigurte, wir haben die Ausrüstung. Alles aufgedreht. Bis gleich. Los geht's. Also, weiche Knie habe ich ja schon. Hoffentlich klappt das alles. Leute, ein bisschen so stelle ich mir auch das Tauchen im offenen Meer vor. Es gibt keinen Beckenrand, an dem ich mich im Notfall festhalten kann. Und ich habe keine Ahnung, was mich unter Wasser erwartet. Aber es ist ein tolles Gefühl. Wie schwerelos. Ein Fahrrad. Und wer hat die hier vergessen? Wow, was ist das denn? Ein altes Schiffswrack. Wie cool. Ich muss langsam wieder auftauchen. Ich mache mich auf den Weg nach oben. Und für euch gibt's die letzte Checker-Frage. Wusstet ihr, dass es Taucher gibt, die fast ohne Ausrüstung tauchen? Die halten einfach so lang wie es geht die Luft an. Man nennt das Apnoe-Tauchen. Apnoe kommt aus dem Griechischen und heißt nicht atmen. Ich probiere jetzt auch mal, so lang wie es geht die Luft anzuhalten. Macht mal mit. Auf drei einfach alle Luft anhalten. Eins, zwei, drei. Puh. Oh Gott, länger schaffe ich's nicht. Und das war jetzt echt nicht besonders lang. Das war ja nicht mal eine Minute. Der Rekord liegt bei knapp elf Minuten. Dafür brauchen Apnoe-Taucher eine ganz spezielle Atemtechnik. In einem Chexperiment hat mir Taucher Olli das mal gezeigt. Durch jahrelanges Training kann er viel mehr Luft einatmen als zum Beispiel ich. Außerdem bleibt er unter Wasser ganz ruhig. So muss sein Herz nicht so viel arbeiten und er verbraucht nicht so viel Sauerstoff und kann damit viel länger unter Wasser bleiben. Ein Apnoe-Taucher kommt ohne Atemgerät aus. Mit nur einem Atemzug kann er bis zu elf Minuten unter Wasser bleiben. Gecheckt. Es gibt aber auch Leute, die tauchen nicht nur zum Spaß. Man kann auch Berufstaucher werden. Guckt mal hier. Manche Taucher zum Beispiel arbeiten unter Wasser als Handwerker. Im THW-Check habe ich das mal selbst getestet. Mit einem Spezialanzug habe ich unter Wasser Rohre verschraubt, wie man sie zum Beispiel für eine Unterwasserleitung braucht. Und wisst ihr was? Die Arbeit war sauschwer. Boah. Und wieder andere helfen, Dinge aus dem Wasser zu bergen, die da eigentlich nicht hingehören. Taucher ziehen aber nicht nur Autos aus dem Wasser. Die Rettungstaucher von Feuerwehr oder Wasserwacht kommen zum Einsatz, wenn zum Beispiel jemand in einem zugefrorenen See unter die Eisschicht geraten ist. Bei der Rettungsübung hier muss der Taucher zum Glück nur eine Puppe retten. Und es gibt Wissenschaftler, die ferngesteuerte Tauchroboter in die Tiefe schicken. Die Forscher können so gefahrlos in der Oberfläche bleiben und live beobachten, wie die Greifarme der Roboter Gestein- und Wasserproben entnehmen. Manche von ihnen können sogar bis zu 11 Kilometer tief abtauchen. Zur tiefsten Stelle der Weltmeere. Wahnsinn, oder? Nach dem Tauchgang muss ich noch die Theorieprüfung bestehen. Denn ohne die kein Tauchschein. Jetzt wird's ernst. So, Tobi, jetzt ist es so, tauchen kannst du ja so weit. Also die Praxis lief ja schon ganz gut, aber um einen Tauchschein zu bekommen, einen internationalen Tauchschein, musst du auch eine Prüfung machen. Eine schriftliche Prüfung. Schriftliche Theorie-Test. Den habe ich hier dabei. Dann schauen wir mal, ob du in der Theorie genauso gut bist wie in der Praxis. Ich habe wirklich ewig keine Prüfung mehr geschrieben. Ja, dann? Jahre. Musst du da jetzt leider durch. Hoffentlich schaff ich das. Ich fang mal an. In der Prüfung wird noch mal alles abgefragt, was beim Sporttauchen wichtig ist. Es gibt zum Beispiel Fragen zur Tauchausrüstung oder zu den Sicherheitsregeln. Und ich muss natürlich wissen, was in meinem Körper unter Wasser passiert, damit mir beim Tauchen nichts passiert. Hoffentlich kann ich mich noch an alles erinnern. So, und? Jetzt gerade fertig. Wie schaut's aus? Letzte Frage. Ja? Ja, alles klar. Erste Seite, alles richtig. Und wie war ich? Ja, wunderbar. Super. Und damit hast du deinen Kurs tatsächlich bestanden. Ja. Na dann, ab nach Tasmanien. Aber vorher gibt's noch die Antwort auf die Mitnachfrage. Ich wollte von euch wissen, wie tief kann ein Tauchroboter tauchen? A. 1 Kilometer. B. 5 Kilometer. Oder C. 11 Kilometer. Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Manche Tauchroboter können bis zu 11 Kilometer tief abtauchen. Zur tiefsten Stelle der Weltmeere. Richtig ist also Antwort C. Jetzt aber nix wie los nach Tasmanien. Die Insel liegt 26 Flugstunden von Deutschland entfernt. Quasi am anderen Ende der Welt. Sollte ich immer bei mir hangen. Das Beste, ich reise nicht allein. Sondern mit meinem Team und mit ihm hier. Mit Uli. Er ist Höhlentaucher und Biologe. Ein ziemlich cooler Typ. Und ein guter Kumpel von meinem Tauchlehrer Flo. Und mit Uli erlebe ich mein größtes Unterwasser-Abenteuer. Damit ihr euch das vorstellen könnt, gibt's jetzt einen Ausschnitt aus meinem Kinofilm. Viel Spaß dabei. Mit einem Boot fahren wir zu einem der spannendsten Tauchplätze der Welt. Und schon der Weg dahin ist der Wahnsinn. Da war ein Delfin. Was, wo? Ah, Wahnsinn! Ah, du hast es gesehen? Da war ich. Da, 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 da! Oh, richtig viele! Wir sind umzingelt von Delfinen. Unbeschreiblich. Aber dann wird's ernst. Hoffentlich weiß ich noch alles von der Tauchprüfung. Ich bin so gespannt, was da unten alles auf mich wartet. Das hat sich echt gelohnt mit meinem Tauchschein. In Tasmanien erlebe ich aber noch viel mehr. Was das ist, seht ihr ab dem 31.01. im Kino. Leute, das war's vom Tauchen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der immer fragt, wer die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi. Der ist cool, hey, ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals pennt. Der auch manchmal flinnt und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi.